hallo alle zusammen ich freue mich total hier sein zu dürfen ich freue mich auf euch lehnt euch zurück hört gut zu im besten fall könnt ihr einfach was mitnehmen und ich freue mich genau mein thema ist ich muss nur noch kurz die welt retten eine happy box die kraft schenkt es ist völlig in ordnung in unserer heutigen gesellschaft ist ganz oft so wir wollen die welt retten wir wollen den retten wir wollen den retten wir sind nur am hasseln und rennen und wollen gefühlt alle retten aber es ist auch echt mal okay sich selbst erst zu retten und darum geht es heute ein bisschen genau ich stelle euch erst mal kurz vor um was es heute geht so die inhalte es geht um selbstpflege es geht um eigene bedürfnisse dann auch um die happy box und gerne fragen feedback anmerkung am schluss genau als erstes habe ich euch ein zitat mitgebracht von tim bensko vielleicht kennt es ein paar der singt das lied nur noch kurz die welt retten und bei dem text steht muss nur noch kurz die welt retten danach fliege ich zu dir noch 148 mails checken wer weiß was mir denn noch passiert denn es passiert so viel muss nur noch kurz die welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir ich finde allein die zeilen zu suggerieren uns stress wir müssen überall da sein wir müssen 148 mails checken kurz die welt retten und dann sind wir aber gleich wieder da und das finde ich erleben wir im alltag ganz oft ich nehme ich damit mit rein wir sind an fünf orten gleichzeitig wir müssen für die oma einkaufen für die freundin da sein wenn sie liebeskummer hat die kinder versorgen und nebenbei steht man selber oft an einem patientenbett oder im pflegebett und ist auch da im beruf einfach noch mal da egal in welchem beruf man sich eben befindet wir haben unglaublich viele rollen von freundin über tochter über enkelin und arbeitnehmer man ist unglaublich vielseitig und mit jeder rolle ist einfach auch sind ganz viele erwartungen mitgeknüpft man kann sich das auch vorstellen man steht so in der mitte und so jeder person die irgendwie erwartung an einen hat kann man ein seil quasi spannen imaginäres man steht in der mitte und jeder reist einmal an dem seil weil er andere erwartung von einem hat und da ist es ganz 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 wichtig dass wir da sind dass wir stabil sind dass wir in unserer mitte sind und darum soll es halt ein bisschen gerade im klinikalltag auch gehen alles in allem fühlt sich an wie ein wettlauf gegen die zeit mir persönlich hilft auch immer wieder der gedanke dass die zeit auch kommt wir denken immer oder wir reden ja in so redewendungen wie die zeit fliegt und ach wie schnell die zeit wieder vorbei ist und es ist schon wieder weihnachten die zeit vergeht so schnell aber man muss auch einfach denken die zeit kommt ja auch also dies nie aus und das hilft auch manchmal in stressigen situationen zu denken okay es kommt auch wieder zeit und es ist immer das was wir draus machen neben den ganzen rollen bleibt eine person ganz arg auf der strecke und das sind meistens wir selbst wir sind immer für alle da und fahren aber selber mit einer leeren batterie und ich meine seid ihr schon mit einem auto gefahren das keine batterie hat oder habt ihr mein handy benutzt das kein akku hat das funktioniert nicht und wir sind echt erstaunlich oft unterwegs im leben ohne in der batterie ohne eine aufgefüllte batterie und ich habe ein kleines tool entwickelt meine happy box zu der ich später noch komme einfach um meinen kollegen im team was an die hand zu geben wo sie einfach kurz hingehen können in stressigen situationen kurz zu sich finden kurz traf kraft tanken eine kleine auszeit haben und im besten fall einfach gestärkt in den alltag zurück können ich weiß eine happy box ist nicht alles aber es ist vielleicht einfach ein kleiner schritt in die richtige richtung und das war so ja mein ziel dahinter ich erzähle euch kurz was über selbstpflege laut orem ist es in den gezielten und bewusst der handlung gehilft gesundheit und wohlbefinden zu erlangen zu erhalten oder wieder herzustellen selbstfürsorge ich finde auch wenn man im flieger irgendwo hinfliegt was ja eh schon total selbstfürsorge ist in urlaub zu fliegen aber auch da kommt immer wieder die durchsage dass man erst die sauerstoffmaske sich selbst aufsetzen soll und dann erst anderen helfen und so funktioniert im wahren leben auch aber im wahren leben machen wir ziemlich oft andersrum und heute will ich euch einfach ermutigen an euch selbst bedenken und euch selbst erst zu retten bevor ihr andere rettet die gesundheit ist körper und geist im einklang und auf den körper zu hören fällen fällt den meisten eigentlich ziemlich leicht man merkt direkt wenn man kopfschmerzen hat oder wenn es irgendwo zwickt aber auf den geist und auf die seele zu hören das ist ein bisschen schwieriger deswegen habe ich euch hier mal einen dialog zwischen der seele und dem körper mitgebracht geh du vor auf mich hören sie nicht sagt die seele zum körper ich werde krank und dann wird er genug zeit für dich für dich haben antwortet der körper und so ist es oft das ist oft ein einklang und wenn der körper sich irgendwann mal meldet kann es ganz 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 gut sein dass wir schon ganz früh irgendwann auf die signale des körpers nicht gehört haben die ignoriert haben und dann meldet sich einfach irgendwann der körper es ist aber unumgänglich auf sich selbst zu achten denn es hat einige vorteile selbstfürsorge zu pflegen und zwar steckt es ist selbstwertgefühl fühlen uns auf jeden fall besser will dann den körper besser kennen können besser in den reinhören bestärkt unsere gesundheit wir empfinden viel mehr lebensfreude weil wir uns selber zu schätzen wissen und können so durch auch zwischenmenschliche beziehungen viel tiefer führen und wir leben insgesamt bewusster gelassen und effektiver da wollte ich noch kurz das habe ich von frau bossmann ulrike bossmann heißt sie könntet ihr euch mal anschauen die macht echt coole da kann man sich kostenlos anmelden und die schickt einem so stress scanner oder irgendwie was war noch bewusst durch den tag so ein kalender wo man so abzeichnen kann was man heute so schönes gemacht hat also meine empfehlung noch von mir verrückt ist dass auch orem sagt dass wir in krisenzeiten und uns selbst einfach vergessen wir ernähren uns schlechter wir schlafen schlechter wir entspannen schlechter und leben allgemein vernachlässigen uns einfach im leben das ist total paradox weil da wo wir es am meisten brauchen vernachlässigen wir uns ich finde es immer wieder verrückt und kann immer wieder selber nur mich an die eigene nase packen selbstfürsorge verstehen die meisten unter jahr jeden sonntag gehe ich in die badewanne und habe damit check zu self care und es ist leider aber nicht so das sollte man müsste man könnte man tatsächlich in das tägliche leben einbeziehen und wie zeige ich euch jetzt was ich noch kurz sagen wollte wenn wir uns zeit nehmen dann beenden wir den wettlauf gegen die zeit bis noch das zu später genau es gibt verschiedene ebenen in denen wir selbst liebe ausführen können zum beispiel die körperliche ebene das ist bewegung es ist yoga es ist ernährung allein auch ein spazieren für fünf minuten sinkt schon eine stress hormone es ist die gefühlsebene gerade gefühle wahrnehmen und zulassen da ist der mensch so ein bisschen wir verbringen all unsere energie quasi um diese tür zuzuhalten wenn die gefühle rein wollen wir halten die zu denken so nee ich will jetzt weder angst spüren noch will ich zorn oder sonstiges für gefühle jetzt gerade wahrnehmen aber gefühle sind auch botschafter und manchmal tut es total gut die tür aufzumachen und zu sagen hey angst was möchtest du mir denn sagen weil oft steckt dahinter einfach eine message und manchmal ist es einfach besser die reinzulassen sie wahrzunehmen sie zuzulassen und dann verschwinden sie auch viel viel schneller wie vor der tür da bleiben sie dann meistens ganz ganz lange es gibt eine intellektuelle ebene da geht es um gedanken hinterfragen sich selbst hinterfragen rituale hinterfragen und tatsächlich auch eigene gedanken zu sich selbst zu hinterfragen so weil wir oft ganz schön unnett zu uns sind und dann sagen ach schon wieder habe ich das vergessen und man immer passiert mir sowas einfach mal zu hinterfragen bin ich wirklich so schlecht oder vergesse ich wirklich ständig irgendwas oder fällt mir nur auf wenn wenn ich eben was vergesst dann eben also einfach die gedanken mal zu hinterfragen die soziale ebene da geht es um freundschaften pflegen um lieben auch mal die dinge mit einer brille der liebe zu sehen und vielleicht mal nicht ganz so streng zu sehen genau dann die spirituelle ebene das dankbar sein ganz ganz ein ganz großes tool tatsächlich ist nachgewiesen dass wenn man dankbar ist dass auch die stresshormone senkt und zwar habe ich das mal angefangen mit einem dankbarkeitstagebuch ich habe jeden abend drei dinge aufgeschrieben für die ich dankbar war an dem tag und man geht mit einem ganz anderen blick durch den tag weil man ist wie in so einer mit so einer lupe läuft man rum und guckt okay was kann ich heute abend in mein buch reinschreiben und hat den fokus auf was ganz anderem immer auf was gut hin was man eben in dieses buch reinschreiben kann mittlerweile mache ich es ohne buch aber ich mache tatsächlich jeden jeden abend sage ich mir drei sachen für die ich heute dankbar bin also an jeden der das noch nie gemacht hat probiert es heute sehr gerne mal aus sich drei drei sachen zu überlegen für die man dankbar ist das kann man dann mit einem partner teilen oder mit dem wg kollegen oder auch einfach für sich selbst zu überlegen was ist denn heute gutes passiert bevor ich aber zu happy box komme gehe ich jetzt auch noch einen schritt zurück zum thema bedürfnisse wie erkenne ich die was sind eigene bedürfnisse weil als kind war es halt so da war die mutter da die wusste will ich jetzt gerade nähe will ich jetzt gerade was trinken will ich jetzt schlafen und dieser nest schutz ist spätestens vorbei als wir erwachsen geworden sind leider jetzt müssen wir plötzlich uns um unser eigenes glück kümmern und schauen was sind meine bedürfnisse bedürfnisse eigentlich und bedürfnisse zu erkennen brauchen wir einen kurzen moment zeit wir brauchen ein scan in unseren körper wo wir reinfühlen können wo zwickt wo ist irgendwie eine botschaft in form vom gefühl was 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 will mein körper mir sagen was will meine seele mir sagen wir dürfen uns wirklich fragen was brauche ich gerade wirklich oft ist es einfach eine umarmung auf es ist ein kaffee ein tee ein kurzer ruhe kurzer ruhiger moment und ich finde gerade in corona zeiten es ist tatsächlich oft eine umarmung weil man die halt gerade nicht kriegen kann wo man vielleicht doch meine arm auf der schulter hatte oder ähnliches und man sieht sich vielleicht auch ein bisschen nach nähe da darf man gerne mal gucken was brauche ich gerade wirklich genau manchen fällt es total leicht auf die sprache des körpers zu hören und manchen total schwer ich stelle euch jetzt mal kurz noch die masler bedürfnis pyramide vor ich schätze mal jeder kennt die mal so ein bisschen hat mal was von ihr gehört das sind einfach fünf ebenen die er unterteilt hat so die bedürfnisse des menschen diese pyramide ist aufgebaut von unten nach oben und wenn man den die eine schicht geschafft hat ist quasi die nächste wichtig oder das streben nach der nächsten stufe sozusagen genau da haben wir einmal die die physiologische bedürfnisse das ist schlaf das ist sauerstoff das ist essen das ist trinken wenn man die quasi geschafft hat und darauf ist auch die happy box zu 99 prozent aufgebaut auf diese unterste ebene weil im pflegealltags ja doch manchmal so ist das nicht weil die unterste ebene quasi leider erfüllt wird und somit auch die weiteren nicht nach dieser physiologischen bedürfnisse ist streben nach sicherheit da geht es viel um schutz es geht um ordnung es geht um dach überm kopf sich hat sich sicher zu fühlen ist diese ebene auch geschafft geht es um soziale bedürfnisse es geht um zwischenmenschliches es geht um kommunikation es geht um sozialen austausch was den menschen einfach wichtig ist danach folgt die anerkennung und wertschätzung wie die ebene schon sagt es geht um anerkennung es geht um wertschätzung es geht um auch macht an der einen oder anderen stelle was die menschen erreichen wollen und ganz ganz oben an der spritze ist die selbstverwirklichung da geht es wirklich darum was hat mein leben für einen sinn worin sehe ich den sinn eben im leben genau jetzt komme ich zur happy box nichts bringt es auf dem weg besser voran als eine pause oft hasseln wir habe ich ja vorhin schon gesagt und man ist irgendwie nur im stress und nur unterwegs und flitzt von a nach b und manchmal tut eine pause ganz gut und gerade auch im klinik alltag oder in stressigen arbeitsalltag habe ich eine box entwickelt im rahmen meiner projekt arbeit wo ich eine box habe die zeige ich euch auch später mal in der ich einfach ein paar sachen reingepackt habe es geht einfach darum der der gedanke dahinter war wenn es stressig ist kurz an die box zu gehen kurz entweder eine schokolade zu essen oder sich ein tee rauszunehmen und so weiter ich erzähle gleich noch was über die inhalte um einfach kurz kraft zu tanken und dann direkt wieder in alltag über zu gehen darum geht es und ich fange mit den inhalten an und zwar mit der schokolade und den nüssen ich meine ich glaube wir brauchen keine wissenschaftliche erlaubnis dafür dass schokolade gut tut ich glaube die erfahrung hat jeder von uns schon gemacht aber hier offiziell noch mal die bestätigung und zwar ist in schokolade l tryptophan drin das ist eine aminosäure die vom körper nicht selber produziert wird und wir deshalb die über die nahrung aufnehmen dürfen können sollen und die ist mit beteiligt an der ausschützung von dem glückshormon serotonin und diese befindet sich eben in schokolade und nüsse das heißt in der happy box befindet sich eine schokolade mit einem hohen kakao anteil und es hat sich auch nüsse drin befunden aber die sind aufgegessen was für mich ein gutes zeichen ist dass die happy box auch genutzt wird genau was noch drin ist ist ein tee ein anti stress tee da ist lavendel drin für ruhe und harmonie es ist hopfen drin für die entspannung und die melisse für den geschmack also ein anti stress tee ist einfach gut zum runterfahren aber man wird nicht müde es ist nicht so dass man dann einschläft wenn man ihn quasi trinkt dann habe ich atem oder ja auch übungen drin und zwar claudia crossmüller die empfehlung habe ich von der susanne gekriegt die hat ein buch gemacht das ist nur mut kleine übungs buchs zur soforthilfe bei herzklopfen angst panik und co so heißt das und ist eine body to brain methode weil natürlich gefühle ängste und auch so panik sachen im kopf anfangen und wir das deswegen auch im kopf bekämpfen können und da sind ganz ganz viele übungen drin zum beispiel eine zungenübung die würde ich gerne jetzt mit euch mal kurz machen dürft euch gerne zurücklegen die zungenübung ist richtig gut weil die ist total unauffällig man sieht es nicht dass man eine übung macht die zunge hat einen wahnsinnig feinen tastsinn weswegen auch babys ja immer so diese oralen phasen haben am anfang das wichtig ist man fokussiert sich auf zunge und dann führt man quasi einen spaziergang durch von links oben bis rechts unten dürft ihr alle einmal mitmachen und die zunge spazieren führen quasi allein dass man sich auf was anderes fokussiert ich muss sagen ich mache es manchmal in situationen wo ich irgendwie ein bisschen aufgebrauster bin und ich denke okay die mama macht mich wahnsinnig dann kann man einfach so ein bisschen spaziergang durch die zunge immer durch den mund machen dann fokussiert sich einfach auf was anderes dann sind noch atemübungen drin da würde ich euch auch einladen kurz mit mir eine atemübung zu machen genau und zwar beim atmen ist ja so wir atmen ein und auch aus und manchmal hilft auch so diese pause so die aufmerksamkeit auf die pause zwischen einem ausatmung quasi zu bekommen moment ich sehe kann dass irgendwas im chat ist alles klar okay machen wir genau und zwar um art wegen der atmung und zwar geht es darum dass wir total oberflächlich atmen wenn wir im stress sind das merken wir selber wenn wir mal kurz zur ruhe kommen und wieder durchatmen können weil man da sind atemübungen auch drin in der happy box zum beispiel die 4711 methode das bedeutet vier sekunden einatmen sieben sekunden ausatmen und das 11 11 mal wir machen das jetzt mal fünf mal einfach nur um zu gucken wie es entspannt ich hoffe ihr seid alle entspannt auf dem sofa aber ich glaube mir tut es ganz gut wenn ich das jetzt mache also dann starten wir mit einatmen für sekunden 1234 und ausatmen 1234 567 einatmen 2 Vielen Dank. Okay. Dann komme ich zu meinem nächsten Inhalt, der in der Happybox drin ist. Und zwar ist es ein Stressball. Ich bin da über den Namen gestolpert und ich kann mich in sowas ja wirklich sehr reinsteigern, warum das Stressball und nicht Anti-Stressball heißt. Ich glaube, ich habe einen halben Tag damit verbracht, warum das so ist. Naja, es ist der Stressball, das ist der offizielle Name. Und Theo Kienzli beschreibt auch im Buch Aggression in der Pflege, dass die Aggression tendenziell steigend ist. So ein Stressball bewältigt es leider, leider nicht. Aber es ist auch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und zwar hebt es so ein bisschen die Nervosität auf und auch die innere Ruhe. Man kommt ein bisschen zur Ruhe, der Puls geht runter und auch der Blutdruck sinkt ein bisschen, sobald man eben diesen Stressball knetet. Und es ist ja wirklich eine Sache von einer Sekunde oder zwei, wo man kneten kann und den Ball wieder reinwerfen und weiter geht es im Alltag. Dann komme ich zu Aufbausprüchen. Ist in der Maslow-Pyramide Ebene 3, Kommunikation oder auch Wunsch nach Gesellschaft. Und ich würde wirklich gerne in diese Box passen. Wirklich, wirklich gerne. Und vor allem meinen Kollegen Wertschätzung geben, weil das ist oft das, wir wollen sehr gern gewertschätzt werden. Wir wollen gerne gelobt werden, gesehen werden und ich würde wirklich gerne da rein und jedes Mal, wenn jemand die Box aufmacht, sagen, hey, ist alles gut, ich sehe dich, du machst deinen Job richtig gut. Und da würde ich euch sehr, sehr gerne ermutigen, das auch mal selbst zu machen, selbst mal ein bisschen netter zu euch zu sein und euch selbst auch einfach mal zu loben. Weil auch das tut manchmal ganz gut, wenn man sagt, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe wirklich, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Genau, und zwar sind in der Box Aufbausprüche, weil ich eben nicht reinpasse, dachte ich, gebe ich so ein bisschen was meinen Kollegen mit. Da sind Sprüche drin, wie Angst beginnt im Kopf, Mut aber auch oder wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen oder es ist nur ein schlechter Tag und kein schlechtes Leben. Weil es sich manchmal einfach so anfühlt, alles ist schwer und man denkt, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber es ist meistens einfach nur ein schlechter Tag und morgen geht es weiter. Was noch in der Box sind, sind nur mal für weitere Hilfen, für Hilfsangebote. Das ist auch so ein Ding aus der heutigen Gesellschaft oder wahrscheinlich ist es schon immer so. Man denkt, man muss alles alleine schaffen und ich bin unglaublich stark und ich muss alles alleine bewältigen. Und ich kann euch sagen, ihr seid unglaublich stark, wir sind alle total stark, wir schaffen unglaublich viel, auch ohne Hilfe, aber wir dürfen Hilfe annehmen, wir dürfen um Hilfe bitten und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Freunde, wir haben Familie, bei uns auf Stationen gibt es eine Supervision regelmäßig. Es gibt, in der Happy Box ist eine Nummer für Kummer drin, die anonym ist und zu jeder Zeit erreichbar, wenn man da einfach mal seinen Fuß ablassen möchte. Und Seelsorgen kann man erreichen bei uns in der Klinik. Was natürlich auch noch ist, ist professionelle Hilfe im Rahmen einer Therapie. Das ist leider auch was, wenn wir den Arm gebrochen haben, rennen wir direkt zum Arzt und lassen Rücken und MRT und Sonstiges. Aber sobald es unserer Seele nicht gut geht oder da irgendwie was gebrochen ist, dauert es immer ein bisschen, bis wir da professionelle Hilfe holen. Genau, deswegen, mein Vorteil geht einfach darum, ich will unbedingt ermutigen, dass man sich selbst rettet, bevor man andere rettet, so wie es mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug ist. So eine Happy Box, muss ich sagen, finde ich auch zum Verschenken an Weihnachten ganz cool für zwischendrin. Einfach mal, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man denkt, ach, irgendwie zwickt heute der Schuh, dass man da hingeht und einfach besser aus der Situation rausgeht. Ich habe jetzt noch niemanden gehört auf Station, der sich danach schlechter gefühlt hat, die Happy Box zu benutzen und das ist doch schon mal was. Genau. Und zwar, jetzt habe ich noch einen Abschlussspruch für euch. Und zwar, du kannst alle Reichtüme und Erfolge der Welt haben, aber wenn du nicht gesund bist, dann hast du nichts. Und das stimmt, das ist unglaublich wichtig, dass ihr gesund seid, dass ihr anderen helfen könnt. Aber erst helft euch selber, seid lieb zu euch, lobt euch, schätzt euch wert und dann könnt ihr auch anderen helfen. Jetzt habe ich noch eine kleine Übung für euch. Und zwar geht es darum, manchmal weiß man ja irgendwie gar nicht, was ist richtig, was ist falsch. Es fühlt sich irgendwie alles so überfordernd an. Und dann geht es eine kleine Übung. Da lade ich euch jetzt auch mal kurz ein. Die geht ganz schnell. Einfach kurz die Augen zu schließen am besten. Und es geht darum, dass man am Anfang eine Wahrheit zu sich sagt. Also man schließt die Augen und man hört so ein bisschen in sich rein. Wie geht es mit dem Körper? Drückt es irgendwo? Und dann stellt man sich den eigenen Namen vor. Den richtigen. Also man sagt sich irgendeine Wahrheit. Wie jetzt mein Name, Jessica Schäfer. Und wie sich das anfühlt. Ich finde, der Körper ist im Einklang. Der Puls ist niedrig. So der Körper denkt so, ja, stimmt. Und wenn man sich jetzt einen anderen Namen vorstellt. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen. Kann sich jeder mal selber kurz einen überlegen. Frank Müller. Und man dann in den Körper reinhört, fühlt es sich komplett anders an. Der Körper denkt so, das stimmt nicht, da ist irgendwas falsch. Der Puls geht ein bisschen hoch. Und es fühlt sich ein bisschen schwerer an. Und das ist eine Übung, die ich euch mitgeben will. Einfach um zu gucken, was ist richtig und was ist falsch. Wie kann ich mich entscheiden? So habe ich echt ein paar Entscheidungen schon getroffen. Nicht ausgiebig mit der Übung. Aber ich finde, es zeigt ganz arg, was hält mein Körper davon. Was halte ich davon, wenn ich jetzt den und den Schritt gehe. Oder zu dem und dem Ja sage. Genau. Was mir auch immer hilft so im Alltag, noch außerhalb der Happy Box, ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich... Manchmal stelle ich mir vor, ich habe einen Schutzmantel an. Und wenn dann zum Beispiel Familien aggressiv sind, weil sie einfach in der Trauerverarbeitung sind und ich das nicht persönlich nehmen soll, dann habe ich diesen Mantel. Und irgendwie so ein Bild, dich gesehen, schützt er mich vor den Aggressivitäten oder vor den Aussagen. Und man muss Probleme nicht annehmen. Also Probleme sind manchmal wie so ein Geschenk. Wenn man ein Geschenk von jemand anders kriegt und man nimmt das Geschenk nicht an, wem gehört das Geschenk dann? Also es gehört ja dann quasi dem, der es schenken wollte. Und so ist es mit Problemen auch. Wenn die Probleme schenken, wir sie aber nicht annehmen, dann geht das Geschenk automatisch an den Sender zurück. Genau. Wir haben leider nicht in der Hand, was andere zu uns sagen, aber wir können darauf reagieren und können auf uns hören, zur Happy Box greifen, eine Happy Box erstellen, jetzt vielleicht an Weihnachten. Und genau, das Beste draus machen. Das Beste, 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 das Beste. Untertitelung des ZDF, 2020